Vier Siege in Serie, die letzten drei Spiele zu Null gespielt, der FC Wacker Innsbruck ist wieder da. Wie Trainer Michael Streiter seinen Ex-Klub Horn beurteilt und wer die beiden Neuzugänge im schwarz-grünen Kader sind, alles dazu jetzt in Wacker TV mit Christoph Knapp. Das sind Wackers Neuzugänge. Marco Sahanek wechselt vom SV Horn nach Innsbruck und unterschreibt einen Vertrag bis Juni 2016. Davidson Drobo Ampem spielte zuletzt für den dänischen Champions League Vertreter Esberg und ist vorerst bis Ende der Saison ein schwarz-grüner. Auch schlaggebend war eigentlich auch mit dem Trainer. Für mich war früh klar, dass ich gerne hier hin möchte, weil Innsbruck kennt man, also weiß ich aus Deutschland, kennt man natürlich immer so Innsbruck, Rapid, Austrawien, mittlerweile auch Salzburg. Aber Innsbruck war mir natürlich sofort, okay klar, Olympia war hier, Traditionsverein. Der aus Ghana stammende Innenverteidiger spielte unter anderem für St. Pauli. Jetzt ist Innsbruck seine neue Adresse. Ein Anruf von Michael Streiter konnte den sympathischen Neuzugang überzeugen. Was hat dir der Trainer mitgeteilt? Er hat mir mitgeteilt, dass wir hier versuchen wollen, Fußball zu spielen. Natürlich auch versuchen wollen, mit da oben mitzumischen bis zum Winter. Und wenn es dann passt, dann auch aufzusteigen. Und davon war ich direkt auch mit überzeugt. Überzeugen muss auch er. Davidson Drobo Ampem ist aber auf dem Weg zurück. Also jetzt drei, vier Monate ohne Spielpraxis und natürlich auch fast zwei Monate ohne Mannschaftstraining jetzt seit dem Juni ungefähr, ist natürlich für mich wieder ein hartes Stück Arbeit nachzuholen. Und ich habe hart dafür trainiert in Hamburg, sehr hart, zwei, dreimal täglich. Und ja, das kommt mir jetzt auch zugute. Ich merke, da fehlt nicht mehr viel. Der zweite Neuling, Marco Sahanek, konnte bereits Einsatzminuten für den FC Wacker sammeln und hat für diese Saison ein ganz klares Ziel vor Augen. Ich will auf jeden Fall aufsteigen oder vorne mitspielen. Und den Fans und den Trainerteam und den Leuten hier, alle haben das Ziel, den Aufstieg. Und das ist auch mein Ziel. Stichwort Fans. Wie vertraut sind dir die Fans, die Fans von der Nottribüne vor allem? Wir haben halt im ersten Spiel schon gesehen, dass das fantastisch sein kann. Und wenn wir unsere Leistung bringen und jeder für jeden kämpft und die Fans sehen, dass wir alles geben, dann wird das, glaube ich, auch in Zukunft so sein. Und wenn das so ist, dann ist die Stimmung fantastisch. Im Endeffekt haben wir noch nichts erreicht. Wir haben jetzt nur aus den hinteren Regionen entfernt, haben jetzt wieder die Chance nach vorne. Es ist nur, bin ich nicht nur allein, der, was den Kran rauszieht. Es ist das Trainerteam, es gehört auch die Mannschaft dazu, die das umsetzt, was man vorgibt. Und wenn man losstartet in einer neuen Saison, dann ist es vom Anfang her nicht alles so leicht. Wenn man zehn neue Spiele integrieren muss, dann natürlich habe ich auch erwartet, aufgrund der Vorbereitung, dass wir etwas weiter sein. Aber dann war leider das negativ erleblich, gleich im ersten Spiel. Wo wir dann Gegenteil gekriegt haben in den letzten Minuten. Und jetzt haben wir wirklich diesen langen Atem, dass wir immer wieder Spiele drehen können. Dann begonnen mit der FAC, dann begonnen in St. Pölten, jetzt zu Hause gegen den LASK, wo wir immer bis zum Schluss den Glauben nie verlieren an unsere Stärke. Und das ist sehr wichtig. Und ja, wie ich erwähnt habe, wir haben da nichts. Wir müssen weiter extrem hart an uns arbeiten, dass wir das nächste Spiel wieder für uns entscheiden. Am Freitag kommt ein Gegner, der dir bestens vertraut ist. Es geht ab nach Hohen. Keiner kennt den Gegner so gut wie du in dieser Mannschaft. Was erwartet den FC Wacker gegen die Niederösterreicher? Ah, aber es erwarten uns viele Zweikämpfe. Aufgrund der Platzgröße. Der Platz ist nicht der größte. Hat einige Meter weniger wie unser Stadion, vor allem in der Breite. Da weiß man, dass man permanent einen Zweikampf ausgeht. Dass viele Zweikämpfe angenommen werden müssen. Aber natürlich sollten wir auch unser spielerisches Potenzial nicht vergessen. Unsere Schlagkraft, was wir jetzt gehabt haben. Und nur wer da richtig fokussiert ist, wird was mitnehmen. Und das werden wir bis zum Freitag so auslegen. Ich möchte, 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 ich möchte und ich glaube, dass wir wieder mit drei Punkten vom Platz gehören. Und ich bin froh, jetzt hier zu sein und ich bin zuversichtlich, dass ich noch länger da bin. Morgen Freitag spielt der FC Wacker Innsbruck auswärts gegen den SV Horn. Kommenden Dienstag folgt er an der Große Schlager am Tivoli gegen den SV Mattersburg.